Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Parketech, nicht Planet Coasters, so sieht's aus. Es geht weiter hier beim Victoria Lake, Leafy Lake, wie auch immer ihr es nennen mögt. Wir wollen heute mal weitere 40 sind es nur noch, 40 Besucher in den Park locken, ohne dass großartig Leute gehen. Das wäre schön, das kriegen wir hin und zwar mit Werbung. So, gucken wir mal, was können wir denn machen? Wir machen eine Werbung für unseren Park. Drei Monate ist das geringste. Ach Gott, das ist so teuer! Man muss das auch immer direkt zahlen, oder? Attraktion, was ist denn, wenn wir Werbung für ihn hier machen? Junior, das muss ich auch unbenennen, Junior Achterbahn. Drei Monate im Fernsehen. Start. Und dann machen wir auch noch eine Werbung, komm, dann machen wir auch noch eine Werbung hier für ihn hier. Ja? Drei Monate im Fernsehen. Start. Was soll's? Airtimeshit und Junior Achterbahn sind jetzt im Fernsehen zu sehen. Das soll die Leute nochmal anlocken. Wir machen jetzt hier erstmal einen Rename. Das hier ist natürlich der kleine, äh, der kleine Raser. So, der kleine Raser, humaner Name hier heute mal. Der für 8 Dollar hier die Leute beglückt. Aber es war dann alle nötig. Leute, wir schaffen's auf jeden Fall, oder? Hier, die Werbung bringt doch jetzt, da kommen die Leute! Ja! Um eins hat die Forschung abgeschlossen, sehr gut. Gut, was haben wir da? Wo denn? Wo sehe ich, was es ist? Wahrscheinlich einfach hier. So, die Minenachterbahn. Na toll. Die hätte ich jetzt nicht gewollt, aber egal. Da haben wir jetzt eine Minenachterbahn. Äh, neues Forschungssteam brauchen wir nicht gebrauchen, aber eine neue Forschung. Und zwar in dem Falle dann mal doch wieder was Aufwegendes. Äh, aber... Was heißt das? Was kann ich hier machen? Ach, das ist eine Umfrage. Scheiße, ich hab auch eben die Umfrage gemacht. Ich Depp. Also in der letzten Folge für euch. Nämlich eben. Das war ja überhaupt nicht. Hab ja gar nicht mit der Forschung zu tun. Besucher Prozent. 100 Prozent. Was? Zufriedenheitsrate der Gäste. Ist bei... Ja, das ist da alles gut. Die bevorzugte Intensität ist zwischen 30 und 60. Okay. Das sieht doch alles in Ordnung aus. Äh, 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 aufregende Fahrgeschäfte, mündenunhaltliches Budget, Forschungslabor mit aufgeräumt. Was muss ich jetzt machen? Ha! Wir haben 300 Leute im Park! Sehr gut. Aber was muss ich jetzt... Wir haben alles geschafft, Leute! Haben wir schon alles geschafft? Das ist ja mega. Wir sind ja mega gut drauf. Aber haben wir das jetzt... Was heißt das denn jetzt? Ach, das haben wir jetzt hier freigeschaltet, das Gebiet. Das ist ja krass. Das haben wir ja schon länger. Ähm, okay. Wow. Ich hab jetzt gar nicht mehr... Ich hab jetzt gedacht, dass... Dass das länger dauert. Aber umso besser. Umso besser. Leute, wir haben Leafy Lake schon geschafft. Aber wir haben ja auch hier krasse Achterbahn gebaut, oder? Hier allein das hier, ja? Ist ja schon aller Ehren wert, ja? Aber dann den noch rauszuhauen. Mein lieber Scholli. So schnell und so gut hat, glaube ich, noch niemand diesen Park hier geschafft. Aber haben wir jetzt wirklich dann... Wir haben alles, ne? Habe mindestens 300 Leute im Park. Habe keine offenen Kredite. Optional, optional, optional. Haben wir alles geschafft. Haben wir alles geschafft. Du hast alle Ziele erfüllt. Leute. Ja. Mensch. Das war eine kurze Folge. Ne, dann gehen wir jetzt noch zusammen in die Einstellungen. Dieser Park wurde vor neun Minuten gespeichert. Ja, dann speichern wir ihn doch gerade, da wir da sicher sind. Speichern. So, und dann gehen wir jetzt zurück ins Menü. Und gucken mal, ob wir dort einen neuen Park sehen. Du hast Victoria Lake abgeschlossen. Du kannst dieses Szenario jetzt im Sandkasten-Modus spielen. Sehr schön. Und zwar hier mit zwei so goldenen Dingern. Unser... Geht's weiter hier. Geht's denn hier hin? Zur Koralleninsel. Ne, was heißt denn hin von vier? Was? Hier haben wir nämlich noch nicht alles, ne? Das müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier zum Western Roundup, oder? Eine alte Stadt im Wilden Westen, die schon bessere Tage gesehen hat. Wenn du mit der Hitze klarkommst, gibt es hier viel Platz für einen großen Freizeitpark. Habe mindestens 500 Besucher in deinem Park. Habe eine Zufriedenheitsbewertung von mindestens 75%. Verkaufe mindestens 800 Eintrittskarten und optional erfülle alle nicht-optionalen Ziele bis Ende Dezember Jahr 2. Das ist aber jetzt schon eine andere Hausnummer. Das sind nochmal 200 Leute mehr als eben und das auch nur bis Ende Jahr 2. Und 800 sollen wir verkaufen Eintrittskarten? Leute, und bleibt nichts anderes übrig, als diese Herausforderung anzunehmen und natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zu meistern. So, was ist das denn hier? Der kostet erstmal überhaupt nichts. So, das ist ja wohl schon mal klar. Und jetzt, Moment, jetzt machen wir erstmal Pause. Wir haben 15.000 Dollar auf dem Konto, null Leute sind im Park. Ja, die Fläche ist tatsächlich relativ groß und großzügig. Die Sonne scheint natürlich hier schön gemacht. Ein kleines Karussell. Hier sind wahrscheinlich dann die Mitarbeiter-Häuschen. Wir müssen die Dekoration ausblenden mal. Aha, hier haben wir schon Getränke und einen Hotdog-Stand, so wie eine Information. Und ein Klo. Ist hier schon mal drin. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben hier einen Entertainer und einen Träger. Das ist alles hier hinten. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Schulungszentrum haben wir in dem Falle noch nicht. Das ist ja jetzt mal egal. Dann, was können wir denn momentan bauen? Wir können noch ein Riesenrad bauen. Das Karussell haben wir schon. Wir könnten hier einen Twister hinsetzen, eine Gravitron oder einen Jumper. Der Jumper ist immer sehr gut. Dann könnten wir aber auch direkt eine Achterbahn bauen, würde ich sagen, oder? Eine Minenbahn würde sich doch hier anbieten. Gibt es da ein schönes Design? Die sind natürlich jetzt wieder mega teuer. Die Old Mill. Alter. Das ist natürlich krass. Das passt hier nicht so ganz hin. Das ist ein bisschen nordamerikanisch. Passt auch nicht. Finde ich ganz geil. Aber wir sollten lieber selber bauen, würde ich sagen. Wie kommt der da hoch? Wo ist denn hier der Licht? Der ist ja darin versteckt. Man sieht nicht, wo der Lift hin ist, tatsächlich. Naja. Gut. Warte mal. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch keine schlechte Idee. Eine Wasserbahn. Hier nur eine Wasserbahn. Alter, sind die teuer. Schaut euch das mal an hier. Das ist ja nur die Szenerie, die du hier kaufst. Mega teuer einfach. Was ist denn, wenn du da sagst? Äh. Äh. Was hat der? Ne. Warte mal. Wo kommt man denn hier? Wo war denn hier bitte das ohne Szenerie? Auszusuchen. Kann man das nicht? Da. Ohne Deko bauen. Hier. Das dürfte nämlich billig sein, ne? Das kostet nur 3000. Alter. Wie teuer ist denn bitte die Deko? Guck mal. Hier der Rhein. Das ist der Rhein. Äh. Ja. Aber den könnten wir wirklich bauen. Also da müsste ich jetzt keine selber bauen. Und das Fleisch da vorne. Oder was? Na ne. Machen wir selber. Wir bauen jetzt eine Wasserbahn, Leute. Habe ich mir jetzt überlegt. Wir bauen als allererstes eine Wasserbahn. Ich finde das ist ganz gut. So. Wasserbahn. Okay. Machen wir die Deko gerade wieder an. Sonst bin ich hier verwirrt. Kann ich auch nicht sein. So. Alles klar. Wo bauen wir die hin? Schon hier, ne? Wie machen wir den Aufbau? Dann schon relativ nahe hier dran, würde ich sagen. So. Kann man runter mit der Wasserbahn? Kann man runter mit der Wasserbahn? Finde ich ganz witzig. Da verdreckt man so ein Loch hier rein. So. Das verdreckt man so ein Loch hier rein. Weiß nicht, ob man unterirdisch themen kann. Tatsächlich. Keine Ahnung. Wenn man hochbaut, ist automatisch ein Lift, oder? Das ist automatisch ein Lift. Da werden irgendwie ein paar Steine, oder Bäume, oder was auch immer hin. Was deamen können wir dir ja später. So ein größer Splash hätte ich dann schon noch ganz gerne. Soll ich mal gucken, dass wir hier nochmal wieder ein bisschen höher kommen. Perfekte Höhe. Sehr schön. Sehr schöner Splash. Komm mal da. Was ist das hier? Eingang, Ausgang. Ne, da gibt es ja nicht dieses Splashbecken, ne? Aber so war das schlimm. Ja, warte mal zurück. Hier kommt noch eine Kurve rein. So. So. Perfekt. Das ist okay. Eingang, Ausgang. Zack, zack, zack. Deaming stellen wir jetzt erstmal hinten an. Das kostet erstmal 8. Oder 10. 10, der Eintritt kostet ja nichts. Das muss ja schon so. 11 Züge, das ist in Ordnung. Baumstämme, ja. So. Okay. Okay, das ist doch schon mal gut. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie man unter... Ich hätte jetzt natürlich da... Im Telco hätte ich jetzt hier so Räume gemacht, wo es ein bisschen was zu sehen gibt. Ich weiß aber nicht, ob das hier überhaupt geht. Ich glaube nicht, dass es hier geht. Ich wüsste jetzt jedenfalls gerade nicht, wie ich das anstellen soll. Deshalb müssen wir jetzt oberirdisch... Zumindest mal ein bisschen fliegen. Schauen wir uns das mal an. Was könnte man machen? Also hier haben wir das Terra-Tool. Was kann man mit dem Terra-Tool machen? Damit haben wir ja noch nicht so richtig doll gearbeitet. Also wir können das hier hochziehen. Also hier will ich einen Berg haben. Hier will ich einen Berg haben. Aha. Ah, okay. Das ist schon mal nicht schlecht. Jedoch kann ich da sagen, ich hätte gerne... Erdelaub, Fels. Das sieht aber auch nicht so felsig aus, wie ich es wollte. Asche, Sand, Schnee, Eis. Trockene Erdelaub. Was kostet das alles? Das kostet nichts, offenbar. Wieso kann ich außerhalb der Parkgrenze das... Naja. Was haben wir hier? Hier haben wir Wasser. Hier haben wir Land kaufen. Modus. Was ist das für ein Modus? Ah. Ne, das ist schon richtig so. Das finde ich schon mal nicht schlecht. So. Äh, dann brauchen wir hier nochmal Fels. Boah, dann hätte ich jetzt wieder gerne oder noch. Dann sind so ein paar Abstufungen. Das hier müssen wir jetzt nicht haben. Ne. So, jetzt müssen wir mal gucken in der Szenerie-Verwaltung. Und zwar brauche ich Felsen. Und dann hätte ich nämlich hier ganz gerne, hier in dem Bereich, hätte ich ganz gerne einen... Ich kann die hier nicht drehen, ne? Ich kann die hier nicht drehen, sondern ich kann die hier nicht neigen, richtig? Ach, ich kann die hier... Was kann ich von hier machen? Alter, ich kann die riesengroß machen. Okay, das ist cool. Aber ich kann die nicht... Ich kann die nicht... Ach Gott. Du wirst schon mal so meine, ne? Ich kann die nicht drehen. Ich kann die nicht drehen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal cool, dass man die Felsen... Kann man ja nicht freidrehen, oder? Größe, Rastergröße, Objektgröße ändern. Das ist Minus. Ach, hier ne. Absenken... Ich kann die nur um 90 Grad irgendwie drehen. Ja. 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 Aber immerhin. So in etwa wollte ich das ja haben. Hier das, warte mal, noch mal was Böser. So, den auch. Das hier kann man natürlich jetzt farblich dann eigentlich auch nochmal ein bisschen abändern. Das Ganze kann man schon viel machen, man muss halt nur... Da braucht man Geduld tatsächlich, also da brauchst du wirklich Geduld. Aber da kannst du schon einiges mitmachen, definitiv. So. Bäume, Leute, ihr müsst jetzt Bäume hin. Das sieht ja so noch scheiße aus. Äh... Gott, aber das passt doch alles nicht. Das sind alles so Bäume, die hier nicht wirklich hinpassen, tatsächlich. Patan könnte man machen. Kann man hier eigentlich auch in der Größe nehmen? Die kann man nicht mehr in der Größe nehmen. Sehr geil. So. Patan kann man auch nehmen, definitiv. Wir sehen im Bereich, wie der Sand noch so ist. So. So. Hier, er hier. Ach klein, ne? So. Aloe Vera hier. Aloe. Aloe wächst auch hier. So. Was haben wir noch? Wir haben Pflanzen. Äh... Verdorter Busch. Efeu. Längeres Gras. Seerose. Ach so ein Busch hier. Wird hier oben machen wir noch ein Häuschen hin irgendwie. Und ich brauch noch mal Felsen. Wenn ich ihn hier... Vielleicht doch noch mal rüber. So. Ist das jetzt ein Loch? Ja, ne? Na ja. Immerhin. Können wir noch mal machen erstmal. Die Folge ist jetzt erstmal zu Ende, Leute. Wir haben schon mal den Grundstein für unsere neue Wasserbahn gelegt. Da muss natürlich noch was hin. Hier muss noch ein schönes Western-Stationsgebäude werden. Ganz nice. Ähm. Aber, das sieht doch schon mal ganz okay aus. Äh. Die ersten 5000 haben wir auch schon ausgegeben. Also. Alles im grünen Rahmen. Das wird hier eine Gelddruckmaschine. Das sag ich euch. Ich sag jetzt erstmal tschüss. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier beim Parkitect. Dann geht's hier weiter mit... Wie heißt der Park eigentlich nochmal? Äh. Äh. Western Roundup. Bis dahin. Passt auf euch auf. Macht's gut. Euer Brilli. Ciao.